Moin Leute, jetzt kommt's für eine neue Folge, Arx, mein Willi-Wolft! Ja, ähm, Giga. Mehr sag ich nicht, außer Giganotosaurus, Sauria. Ich spür nicht mal mehr was im Vulkan. Ja, moin. Wie viel hast du geskillt? Ich glaub, ich bin... Ja, ich bin 76 auf Dingens. Siebzig! 76. 76, ja, übertreib's halt. Ja, was ist? Ich war vorbereit jetzt halt in der einen Hügel. Hunderte Blutpäkchen fertig ist. Ja. Oder man macht das so wie ich. Ja. Bin da. Okay. Wieso steht auf deiner Base ein Giga drauf? Einfach so? Ich warte hier schon auf den Quetz drauf. Ich bin leicht an der Kante. Ja, warte. Ja, hey, Quetz. Ja, oder du gehst halt ohne deinen Petri drauf. Nee, warte, ich hab ne bessere Idee. Wieso läuft der allein? Ich hol ihn schnell. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Jetzt hab ich dich auf dem Stein absetzt. Warte, so. Ähm. Ja, machen wir mal so. Warum auch immer der jetzt dahin fliegt. Okay. Warte, kannst du mal kurz wegfliegen, weil ich will dich nicht aus Versehen einsammeln. Okay. Na komm schon, jetzt ist er aufzufressen. Ähm, Marcel, schauen wir mal, wer bei uns mitfliegt. Ja, geil. Unser Launch. Hä? Hä? Okay, jetzt ist er weg. Ja, gut. Ich dachte, der tankt für uns bissl. Dachte ich auch. Der ist sowieso nach zwei Happen weg. Ich bin vorher mal mit dem Ding ins Reink fliegen, mit dem Archie in den. Der hätte mich getuchelt, wäre ich nicht direkt weg. Ja, geil. Ich glaub, wir hätten nur sechs Metalltore mitnehmen sollen, kleine. Wir wären direkt weg, wenn wir da unten rumlaufen. Nee, bissl weiter weg und dann Bären fallen. Große Bären fallen. Oh, das hießen schon. Äh, ich will schon treffen. Ja, Treffer. Ich dachte, er ist jetzt mit dem Hip umgekippt, weil er sich so komisch bewegt hat. Ja, nach einem. Genau. Schon ein Teil. Ja, der Baum. Ja, der Baum. Ich seh ihn nett. Ah, da. Alter, warum mache ich so viel Schaden? Ja, das ist eine Flinte. Du hast ja eine richtig heftige, so wie es aussieht jetzt. Damit könnte ich eigentlich schon fast auf Gigajagd gehen. Ja, und ich treff nix. Ja, ich hab auch einen Trendnet. Ja, ist ja. Jetzt erst. Hä, warum treffen wir einen denn nicht? Ähm, Marcel, schauen wir schnell in den Quetz rein, das sind Kleider. Äh, ich hab die Schockett, äh, Betäubungsshit. Oder sind da noch heftigere? Achso, nee. Wie viele hast du da? 130 fürs Erste. Später nehm ich, äh, mehr. Ja, da sind nämlich 600 drin. Ich hab auch 600 dabei. Alter. Triff! Ich hoffe nur, dass ich mit meinem Schaden den nicht kill. Na, du solltest nicht. Er hat ja 10.000 mindestens. Ja, aber trotzdem. Da wird er viel früher rennen. Ich muss mal nachladen, 2. Ja. Ich dachte schon, warum ist da ein Alpha? Aber das ist nur, äh, ein Ding. Der Bach von den Trikes. Ja. Wir sind, wenn sie ihn raubt ihr betonen. Keine gute Position. Ja, auf einmal muss ich ihn nachladen, obwohl ich da was hatte. Ja, okay. X-Baum. Ich dachte gerade, der wir umflogen. Ja, okay. Getroffen, aber kein Schaden. Der flieht. Als ob jetzt schon. Ja, du machst auch richtig viel Schaden mit deinem Ding. Aber das beeinflusst doch eigentlich nicht. Doch. Je mehr Schaden, desto mehr Potopo. Echt jetzt? Ja. Oh ja, nice. Deswegen kann er jetzt schon fliehen. Magst du meine zweite ausleihen? Wie viel hat die? Die ist noch mal so, äh, die machen nur einen Schaden weniger als meins. Ah ja. 274. Wo ist der jetzt? Da. Ja, der kann fliehen. Alter, ich dachte gerade, der liegt. Ja, weil er jetzt so rumstackt. Ah, das ist eigentlich recht praktisch, dass der das so rumstackt. Also deine Flinte ist leicht op. Ja gut. Also deine Flinte ist leicht op. Ganz leicht. Na ja. Gestern mit ihm ein paar hundert Schuss reingeballert. Jetzt. Das ging ja schien. Ich hab halt nur 30 Schuss reingeballert. Ja. Ich so 50. 40, 50. Ja. Aber trotzdem. Wir haben auch jede Menge verfehlt irgendwie. Oh, ich hab kein Narkosemittel dabei. Scheiße. Ich hab ja auch. Egal, das ist düftisch erreichen. Ich pump ihn voll mit normalen Narkosezeug. Kannst du's machen. Ich muss jetzt hier farben. Hol bitte was. Weil sonst scheiße gelaufen. Ich mag mal wissen, wie viel Schaden ich mit der Platte ohne mach. Ich hol mal schnell. Das wird viel. Essen und Narkosemittel am besten. Hier hol ich beides. Hat beides in meinem Archie drin. So, jetzt mag ich aber als erstes mal das ausprobieren. Ich sag dir, wenn er schon Hälfte wäre. Okay, ich pump ihn wieder langsam hoch. Und einmal würde er jetzt schon essen. Hast du Prime dabei? Nee, hab ich nicht. Ich hab nur einen Rex dabei. Bei mir stehen drei Gigas in der Base. Hier. Geil. Ich werde noch mehr weibliche Vier hier haben. Weil... Ja. Oh, Marmeladenfug. Also ich pumpe ihn recht gut hoch. Also Marmeladenflug hat eigentlich ordentlich... An Narkosemittel drin. Ich hab da glaube ich 1000 oder so drin. Okay, ähm, ich such mal kurz ein Viech, was äh Primit gibt. Wurde ich grad schon. Ich weiß noch. Okay. Dann gleich lauf mal kurz rum. Einfach zur Absicherung. So notschnittlich, das heißt immer schnell mit meinem Archie weg. Das ist so eine Kampfmaschine, der Typ. Ja, ich lauf grad mit Rex rum. Wie viele Schaden machst du mit Rex? 200. Ich mach mehr. Ich mach mehr. Okay. Oder? Wie viel mach ich? Zum Beispiel an Track mach ich... 220. Ah, du machst 30. Ne, ich mach 260, so. Ah, okay. Was von der Beharrt, Deino? Äh, wait. 321. 221, ja. Kompi. What? 34 ist der. Wir brauchen mehr Primit. Ich hab noch mehr drin. Achso. Ich hab gerade urheil schnell, dass der nicht... Ja, dass der direkt zu fressen anfängt. Während ich renne... Äh, während ich hier... ... das rüberkriege. Und zur Not hätte ich noch ein bisschen Biotoxin. Der wird 200. Der wird 200. Das würde locker. Ja, wenn da ein bisschen Effizienz weiter runter geht, dann nicht. Ja, er frisst... Ja, er frisst eh als erstes das ganze Primit und dann das Fleisch. Sprich, er kann ruhig, äh, das Zeug haben. Ja gut, 80.000 HP. Ähm... Hast du jetzt einer vorne gesehen? 1.326. Ich glaub, das war ein Headshot. Das war kein Headshot. Oh, das war normal getroffen. Ich hab auf den Körper gezielt. Oh, ne. Kompis. Ich hör Kompis. Oh, da. Kompi. Hm. Was mach ich mit dir? Aufschnetzeln! Ich wollte den abschießen. Wieso willst du mich zähmen? Wieso hat der... Da hat Pfeil, lila Schuss. Lila, das sind die... Ja, das ist normal, weil das sind bei den... Das sind die Guten. Ach so. Das sind die Guten. Ich dachte, das wäre ein normaler. Das mit den roten Dingen am Schluss. Hast du mit den roten gezähmt? Ne, ich hab mit den guten. Okay. Ich hab extra gewechselt. Ich hab davon noch von den roten auch 378. Okay, dann ist es gut. Warte mal, wenn du noch ein bisschen Narkosemittel reinfrisst. Oh, da aber glaub ich nicht, der Typ. Ach so, er frisst Narkosemittel. Gerade. Hm. Marcel, ich hab hier wen für dich, auf den du einstarten kannst. Alter. Alter. Nein. Ja, ich hab mich doch... Hahahaha, scheiße. Du Wichser. Was ein dummer Rex. Aber 53 effizient... 93 effizient noch. Mindestens noch im 90er Bereich. Was ein dummer Rex. Ja, du bist eigentlich schuld. Du hast, äh, den Patch hergeloggt. Äh, den, den Dino hergeloggt. Mitgenommen. Natürlich greift der ihn da nicht. Das war aber eigentlich so gut, dass du drauf anschlägst. Hast du auf aggressiv gestellt. Hm, neutral war der. Hä, hä, hä. Schau, wenn wir ihn nicht hier haben. Passiv. Der hätte ohne gelevelt werden 200 werden können, du hast alles vermisst. Das bin ich halt eben der miese Peter. Alter, ich habe so eine geile Idee, was ich das nächste Mal habe. Zum Abschluss von dem Projekt, wenn du die letzte Sache erzählst, gehe ich hier und fliege über dich hin und spawne irgendwie 100.000 Parasaurier. Äh, okay. Einfach aus Spaß. So, alles Level 1, so. Ich glaube, der Server wird da ein bisschen lang. Naja, immer noch besser als das, was Basti gemacht hat. Sprech, der Server wird richtig heftig lang. Ich hole mal schnell meinen höchsten Liga her. Ja. Okay. Dann können wir den gleich paaren. Ich kann heute aber nicht so lange. Wie lange kannst? 22? 20? 20, 21. Oh, schade. Ich fang morgen zu arbeiten an. Woher musst du hinfahren? Nach Senden. Naja. Noch einmal, schätze ich mal, muss er essen. Dann ist er fertig. Ich hol gleich meinen Giga her. Das Level kommt mir doch so bekannt vor, was der Giga ist. 134. Äh, okay. Okay. Weißt du, warum mir das so viel Kampf vorkommt? Wieso? Schau mal, ob es selber ist, was deine aktuell ist. 134. Ja gut. Jetzt müssen dann nur noch ordentliche Babys rauskommen. 2. 104. 8. Ja. Dann r 2019. 1. Ich glaube, das Marakosemittel kannst du rausnehmen. Ja, kann ich. Du bist jetzt sauer am Leben. So, mach gleich mal ein paar Arnen an. Verhalten. So. Instant ein Ei hier runtergefallen. Aufgestanden und ein Ei am Start. So, Lul, es folgt mir immer noch, deswegen. Eins. Drei. Vier. Sink. Hier we go. Wird ein... Dich... Brauch ich auch wieder. Petri. Äh, Rex, wo bist du? Da bist du. Ich hab viel Spaß mit meiner neuen Waffe. Oh, ja. 33. Jetzt schon für 36. Nein, 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 nein. Ich will dich nicht mitnehmen. Ja, mach ich, Mama. 50. Du musst mal einen Headshot machen. Da ist die Frage, wie viel Schaden du so machst. Mit einem Headshot. Muss ich aber ein bisschen näher hin. So gut, was er habe, ich jetzt auch nicht. Pfff. Doppelt so, also fast doppelt so viel. Ja, gut. Ja, doch doppelt so viel. Ein bisschen, was mach ich? 90. 92. Was? Ich hab mal zwei solche Teile. 97. 99. Ei liegt. Ei ist dem Archie. Okay, dann... ...wird jetzt... ...siebt sich das. So, danke, gutes Geschäft. Ich denke, für uns beide ist das ein gutes Geschäft. Ne. Schau mal schnell, wie lang... ...ah, du hast ihn schon eingepackt, oder? Ja. Ja. Ach so, okay. Ich kann es immer noch rausnehmen. Ansonsten muss ich ihn hier wieder einpacken. Na, nicht so schlimm. Kann ich jetzt machen. Schau mal schnell, wie lange der braucht bis zur nächsten Fahrung. Das war's für diese Folge. Hoffentlich hat es euch gefallen. Abonnieren. Daumen. Kommentieren. Äh... Abonnieren, Daumen, Kommentieren. Ja, danke. Tschüss. Bis zur nächsten Folge von Ark. Rainbow. Vielleicht. Terraria. Monopoly kommt bald. Ein Alpha Pack Opening kommt bald. Besser gesagt, ein Opening generell von allen. Tschüss.